Jetzt geht vielleicht was über Müller. Alles wieder ausgeglichen. Jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hat ja eigentlich bisher alles gut im Griff. So, jetzt gibt es natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss los.